hallo zusammen heute zeigen wir euch die neue jbl go 4 die kürzlich auf den markt kam gegenüber der jbl go 3 dies letztes jahr schon gab wir haben eine verbesserung der akkulaufzeit von jetzt bis zu sieben stunden beim vorgänger waren es fünf stunden und mit dem playtime boost modus könnt ihr sogar zwei stunden extra wiedergabezeit raus kitzeln der lautsprecher tut seine leistung optimieren und für einen besseren klareren und auch lauteren sound ihr könnt natürlich auch weitere lautsprecher koppeln einen zweiten zum beispiel für den stereo modus oder auch mit auracast euch mit mehreren lautsprechern koppeln weiterhin haben wir ein spritz und staub geschütztes gehäuse so dass hier wirklichen lautsprecher überall mit hinnehmen könnt wir zeigen euch jetzt beide speaker im ab vergleich bei verschiedenen lautstärken wir wünschen euch viel spaß damit vergesst nicht unseren kanal zu abonnieren dann verpasst ihr auch keine videos mehr von uns aktiviert außerdem die glocke dann werdet ihr immer informiert wenn neue videos von uns online gehen ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020